Hallo Leute, willkommen in meinem Ernest im Wunderland Kanal und heute bemalen wir wieder Kürbisse für Halloween. Und diese Kürbisse sind draußen von unserem Garten. Schaut mal wie groß die alle sind. Und jetzt fangen wir an mit dem Bemalen. So, wir sind jetzt mit dem Kürbisse. Die Kürbisse sind fertig. Unser erster Kürbis jetzt ist der grüne Kürbis. Weil wir hatten halt so eine Idee, dass wir einen Kürbis halt mit einer anderen Farbe machen. Und diesen Kürbis haben wir jetzt grün gemacht. Und das ist jetzt ein grüner Kürbis. Der sieht schon echt lustig aus. Wir gehen jetzt weiter. Und das hier sieht gruselig aus. Der blutet und ist auch sehr schön gemacht. Und die Idee mit der Nase ist auch eine super Idee. So, wir gehen jetzt weiter zu einem lustigen Kürbis. Ja, der sieht auch echt gut aus halt. Hier sind Spinnen, Augenklappe und ein Augenfett ab. Und jetzt kommen wir zu einem kleineren Kürbis. Das ist eine Banane. Die meisten kennen das. Das ist halt von Fortnite der Banane-Zombie. Wir kommen hier zu einem echt tollen Kürbis. Das ist Pennywise. Der Horrorclown. Der sieht echt lustig aus hier mit seiner Nase. Aber es sieht auch echt gut aus. Der Horrorclown. Der Horrorclown. Also, diese zwei, die sehen, wenn jemand kommt, dann machen die gruselige Gruppe von euch jetzt. Ich habe den jetzt gerade gezeigt. Ich würde jetzt machen wir mal den hier an. Das ist auch gefährlich, gleiche, aber halt ohne Kopf. Und jetzt kommt die gruselige Gruppe von euch jetzt. Jetzt kommt die gruselige Gruppe von euch jetzt. Hier wird ein Feuer scheinen. Hier sind viele Lichterketten. Dann kommt noch gruselige Musik und Geister. Und hier sind die gruselige Gruppe von euch jetzt. Ich glaube, es geht um die gruselige Gruppe von euch jetzt. Das ist die gruselige Gruppe von euch jetzt. Dann kommt noch gruselige Gruppe von euch jetzt.